servus freunde und willkommen zu battlefield 4 operation locker ja so schaut es nämlich aus wir machen uns jetzt auf den weg zu c um wenigstens so zu tun als würden wir was machen aber eigentlich machen wir gar nichts wir stehen nachher eigentlich nur in der ecke rum und campen und bewegen und so gut wie gar nicht das ist nämlich das ziel des spiels keine punkte einnehmen und sich so wenig wie möglich zu bewegen und revives grundsätzlich nicht geben das ist das motto mal gucken ob ich ins treppenhaus kommen ich sehe schwarz die kriege ich nicht habe ich schon dort gesehen na komm schon na dann kam schon wieder von unten welche waren eigentlich mein team ach die haben darauf gehört was ich gesagt habe die haben jetzt rumgekämpft und haben sich gar nicht bewegt bb money boys weg was sind da für name ich bin der gg money boys verreckt jetzt verreck ich hätte ich auch mit rechnen können aber mathematik liegt mir nicht so vistALI kuchen wir mal weiter ah ja alle tut die gibt es nie hier wird keine dieser diverse đänende kippe mit den te видео die mit den te Expediten die bitte Gott er ist das noch oda yser aus meinem arsch Ich glaube der Typ weiß gar nicht, dass Swag Secretly We Are Gay heißt, aber... Boah, wie kann man bloß Swag in seinem Namen nennen? Boah, Sack Fricks. Du bist Revived. Ich war ein 50er, aber immerhin. Der Turm geht da hin. So, hier kommt ja hoffentlich keiner entgegen erst mal. Aber da ist einer rechts im Carré gewesen, das weiß ich. Den habe ich gesehen. Ah, habe ich gesehen. Finde ich gar nicht gut. Nicht gefallen. Oh, die sind schon auf B drauf. Die ekeligen. Und jetzt passe ich nicht mal auf. Ich bin mal so richtig am Arsch lecken, ey. Ich hoffe, ich habe mich gerecht. Nee, war der falsche. Ist tot. Okay. Wir sind noch mehr als die hier, wie ich gerade sehe. Nein, du verreckst. Du verreckst. Du elendige. Aua! Alles klar. Alles klar. Ich kümmere mich. Junge, bleib zurück. Ich kümmere mich rum. Ja, um einen habe ich mich gekümmert. Das reicht ja wohl auch. Wo ist jetzt mein Revive? Oh, da gucken drei Sniper. Ach, shit, Chrome. Shit, Chrome. Ich hasse sowas. Boah, schon wieder der Kerb. Ich habe ich zweimal jetzt hintereinander. Sack. Wir haben jetzt die Homebase getauscht. Ja, die haben wir jetzt die Homebase getauscht. Ja, die haben wir jetzt nicht mit gerechnet. Die Pieselköpfe. Na, komm schon. Streckt eure Köpfe raus. Zack. Ja, ja. Oh Gott. Kommt von unten. Noch mal her. Nein, bitte nicht. Noch nicht. Annehmen. Muss was. Das ist ja muss ich schreiben. Ach, das geht aber gar nicht. Oh, ihr weißt mich. Oh. Okay. Okay. Jetzt erstmal nachladen. Ruhe ins Spiel bringen. Ruhe ins Spiel bringen. Ruhe. Den haben wir schon. Oh nein, bitte nicht. Ich hätte es jetzt gemessert. Eiskalt. Hätte ich geschafft. 100 pro. Bin ich mir sicher. Oh nein, bitte nicht töten. Beschützt mich. Ich bin wichtig. Ich bin superwichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich muss die Bars hier einnehmen. Rotes Böse. Oh, scheiße. Überall Feinde. Ich muss mal auf die andere Seite gehen. Dann gebe ich dir mal ein paar Headshots. Okay. Können wir mal ihre Köpfe raus schrecken? Ah, scheiße. Schon wieder nicht aufgepasst. Da passiert sowas. Verdammte Scheiße. So ein Squad hier irgendwie über. Anscheinend. Dicht. Moin, moin. Hallo. Jetzt wollen die sich ja noch unterhalten. Wie weit kommt mit noch? Ja, alle sind. Grrr. Komm schon. Da hat mich sein mitgezogen. Was spiel ich eigentlich grad? Boah. 14 zu 7. 14 zu 7. Grrr. Wir brauchen ja Verstärkung, ey. Wir kriegen jetzt das. Wir müssen. Da war doch nicht einer. Da war doch einer. Zack, 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 zack. Oh, ich hab doch zweimal getroffen. Ich hab noch zwei Schuss. Ich hab noch zwei Schuss. weiter um mich herum. Bin ich sogar noch mehr. Ich untertreibe da meistens. Und die kriegen's trotzdem nicht gerallt. Aha. Einmal zu reviven. Das war der ist tot. Ja, toll. Den treffe ich natürlich wieder nur zur Hälfte. Ein verschießener HP. Ein bekackter HP. Ich werd alt. Ich werd einfach alt. Ich werd einfach alt. Oh, ich werd so alt. Reflexe lassen nach. Alles lässt nach. Dich hol ich mir, du Sack. Nee. Da fällt mir nix mehr zu ein. Außer Scheiße. Ich muss auch wieder mit der Farmer spielen. Ohne Witz. Ich spiel's mit der Farmer. Ohne Witz. Ich brauch wieder das Stormgewehr. Farmers, her damit. Komm her. Dann gekommen. Hingelegt. Oh, nee. Können wir uns geladen. Erstmal ganz entspannen. Na mal. Wollte mal weiter. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, scheiße. Wesen, ein erwischt. ACW, er müsste auch mal wieder spielen. Es ist auch ne coole Waffe. Bitte nicht töten. Lass mich durch. Ich hab' zvon sich im Revive. Ich bin wichtig. Oh, Gott, Gott. Oh. Ganz nervös! So. Okay. die sind hinter uns schon wieder durch dass der immer hinter mir auftaucht er taucht immer überall auf wo ich es nicht gebrauchen kann es ist einfach an billy a will ja ja ich bin gefallen ich bin ein kann ja nur da sein scheiße wie viele hast du mir den arsch gerettet du hast mir den arsch gerettet habe ich gemein ein problem gut dass man sich noch auf irgendjemand verlassen kann mit probis arbeiten macht so weiter geht es hier noch small talk jetzt sieht es hier richtig ans eingemachte gibt ihm doch kein zwanziger wenn ich daneben stehe und ihm hunderter gebe du bist so ach nee also da fällt mir nichts mehr zu ein also bitte sind bestimmt auch die leute die sich beschweren ne warum gibt der mir nur ein zwanziger 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 Ich werde schon wieder emotional da die garbage ne 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 den ne do ne ne o ne 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 jetzt wird und der sniper kennt mich direkt oder ich krieg gar kein also ich habe jetzt noch mal irgendjemanden am arsch weil wir gehen das war ja scheiße habe ich zu spät gesehen ich dachte ich krieg die gemässer daran einigen als die so tot ist sie gleich durch haben aber nicht mit uns gerechnet da ist nur noch einer ich weiß unglaublich die spawner jetzt alle ganz vergessen macht schon macht spaß oh gott ich wurde gehetet von ihnen und ich dachte verdammt warum ich muss den kerl da drüben und ich lauf ein fall in die zwei spacken reihen ist unglaublich also spacken nicht wörtlich gemein sondern aufstehen jung das könnte mein klingelton werden zum becken also ganz viel unten von die da ich ein pony aufstehen pony aufstehen und dazu noch der ton vom defibrillator auf den mann ey was ist hier los los als mitspieler gewählst du mir besser als gegner du auch du schleichst dich immer an das finde ich voll gemein vielleicht treppenhaus kommen ist sauber ist sauber der kümmert jetzt muss die b verteidigen so freunde husch ich krieg dich zusammen den hab ich wahnsinn es geht mal was es funktioniert wenn ein team zusammenspielt dann funktioniert das sieht man auch ich hau ab hier das ist doch uns alleine so weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's meine ich merke schon bei der stimmung die schwankt ihr von ultra hass zu richtig guter laune gratis gute laune davor war ultra hass der ersten art gemacht hat mit daran außen kommen sie von c zwei mindestens immer noch ein paar mehr ich habe keine money mehr ich wehre mich ich wehre mich mit letzter money scheiße oh das sah schön aus das sah schön aus mit dem d drin oh jetzt kommt hier b ist wieder weg sorry mehr ging nicht nachdem ich wenn man durch so ein gitter schießt verdammte scheiße dann ist immer alles verfunkt hab schon verstanden 30 da wicke ich muss sagen ich muss sagen scheiße dann haben wir uns beide sehr gut runter geschossen deine erste hilfe hol sie dir aber der hat schon vor mir ein bisschen mehr live am piepern hier ist bei mir einer ich hab ne fein ich hab ne fein ich hab ne fein na scheiße ach die rege ey haben sie sich schon wieder gut abgesprochen wer lang geht und dann wer wen tötet ich hab ja ich hab ne ich hab ne ich hab ne und bei ihm jetzt hier messer rein messer raus messer reingedärme raus so geht das doch und runter geht's hier den kild weiter geht's da kommt wirklich gute lagen darauf gekommen und versuchen jetzt erst mal zu kommen was macht er denn hier ich will messern ich den anderen jetzt so wird ziemlich gemacht den opfert man um den anderen zu messern ich dachte ich dachte ich krieg den nicht wir gerade im fünfeck fast gesprungen komm hoch weil treppenhäuschen so mal da jetzt von hinten ranzugehen hat er sonst keinen sinn wenn ich mich die ganze zeit zu dem hinstellen so schnell ist noch ziel da scheiße musste mich erst mit einem schade was spiele ich eigentlich hat ich bin gut kann man noch mal sagen so weiter geht es weiter geht es wir müssen noch eine base sein wie markiert und drin nach hier sind aber auch schon wieder hinter uns wie negative gibt's nicht ich bin der boss hat die küche ich bin der boss sein und so Alles klar, dann mal erobert, dann mal erobert, dann mal erobert. Schaut doch ganz gut aus hier. Schaut doch ganz gut aus. Oh, markieren. Oh. Tidying. Ab ihn. Oh, da ist irgendein Sniper. Shit. Me? Hat auch nicht mitgerechnet, hab ihm jetzt hier. Glavort Lords. Oh gottolopotopopopus. Ich verstehe die Hälfte. Jetzt hole ich mir alle. Ich bin gut drauf. Ich würde mich, gerade. da hat zwei auf mich geschossen aber ich glaube aber weiter weiter okay da ist er gewesen nach scheiße habe ich nicht getroffen sehr sehr verzogen jetzt um das kind auch man kann ja nicht mal meinen spaß können nein er muss ich da der woodshop sniper in orke ja ist klar treff ich nicht kommt schon also schon tot glaube ich auch woher den 1000 mann mein so bist du dort hätte mich jetzt gekrallt Du Atsch! Danke! Ja! Gib mir deinen Doctech, du Sau! Hey! Mein dritter ist Doctech! Doctechchen! Doctech! Ja! Noctech! Ah, verdammte Scheiße! Dachte ich krieg's! Hey! Aber hab ich mich zu früh gefreut! Verdammt, daxt! Jaaa, wir spawnen wieder hier und gehen jetzt runter, weil der Untermilk... Die sind doch hier unten! Oh Gott! Ach nein, Scheiße! Der wollte sein Mensch reanimieren! Defied mich! Sack! Entschuldige, wenn ich reanimiert werde, wenn ich annehme... So, wenn ich reanimiert werde, dann... Hey, klappt das nicht! B! Es gibt natürlich ein HP! Warum überleben die Leute mittlerweile nur noch mit einem HP? Was? Das ist unglaublich! Ja! Auf B ist ganz schön viel los, Leute! Ich nickt B. Komm mal dazu. Ähm, E. Komm schon. Hier braucht ihr Ficke. Habt ihr Ficke. Da kommt noch einer. Die Pulli. Ah, ist tot. Schloch. Die ging in den mittleren Raum. Ich weiß nicht, wie da einer beim Gabelstarten war. Ja, hier musst du da jener sehen. Oh, ist tot. Ja, ein Glück, der einen schwarzt, der gekillt in den Sack. Oh, da war aber jemand auch noch dran. Ach, kein. Das ist auch noch jemand drin gewesen, ja? Ja, hab ich. Na, durch den Blitz kommt man aus Blitz. Er hat zwar Hitz gefräst, aber stirbt nicht. Stirbt doch mal. Komm schon, du stehst doch genau da an der Ecke. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hast du dir gedacht, wa? Kotz dich nicht entscheiden. Ich schon. Ja, deine erste Hilfe, Mann. Ja, hat er sich gedacht, kann er sich verstecken, aber nicht mit mir. Von mir kann sich niemand verstecken. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da kommt doch schon wieder jener. Ich hab's doch gesehen. Spiel, walf den mal. Was ist mit den Eiern seines Teams? Mit den Eiern. Ich glaube, das Team hat Eierbehinderung hier. Hä? So. Bist du jetzt nicht entgegen? Nö, warum auch? Ich wäre doch zu leicht. Ah, ist da, er lebt doch noch nie, oder? Ah, scheiße, schon wieder Lutz. Lutz, du Sau. Ah, ich wurde revived, schön. Aber, na, bringt schon wieder nix. Nix. Gar nix. Hat der mich aus dem Squad gezogen. Spotly, da geben wir Befehle. Oh. Oh. Ich mag Lutz nicht mehr. Ab jetzt mag ich nicht mehr. Und ich sehe die falsche Richtung. Das gab's doch nicht sein. Da kann ich noch hinter der Wand. Genau, genau, kommt einer rein. Wo viele sind das jetzt? Das ist zu viel. Zu viel. Äh, da. Sachs-Rab gewonnen. Da, 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 da. Wo ich durch. Ich hab nur noch 13 Schuhe, Mann, das wird nix. So ist tot. Ich steilt. Da komme ich eigentlich gerade her. Egal, ich gucke mich einfach noch mal um. Aber sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Das war eine schöne Runde. Ich habe Spaß gemacht. Das war eine schöne Runde, muss man zugeben. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Und ich dir jetzt von Peace Manga lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.